Das will ich mit den Fasern-Dinges, gell? Gut, und weiter geht's. Natürlich bist du nicht zwölf, so schlecht geht's auch nicht. Da brauchst du Verbände, ja? Ich muss mir fix mal einen machen. Ich will ja hier nicht ausbluten, weißt du? Weißt du, das Problem ist, jetzt gehen wir in die Höhle. Ich kann nichts mehr tragen. Oh, hast du dich nicht geleert? Das war doch bloß ein bisschen kochen, ein bisschen gedöhnt. Also in diese Höhle gehen wir jetzt nicht, da ist nicht mehr so viel drin. Ja. Aber da wären Würmer und da kann sie das Schießen üben. Stimmt, die Würmer können wir geben auch gut XP. Weil du kannst gut nach links und rechts, also zur Seite gehen quasi so. Also von daher wäre das ja keine schlechte, also keine so schlechte. Aber in die Höhle, wo wir gehen, da ist auch, da sind auch Würmer drin. Ja, das ist... Ja, ja, ja. Ja. Und wenn du vergiftet, wird kein Problem, wir stehen hinter dir. Unsicherer Entfernung. Und Melle hat natürlich schon ihre antiparasitäre Dingens mitgenommen. Antiparasitäre... Ich habe die antibiotische... Okay, mach mal deine Facke an. Antipiotische, Entschuldigung. Und wenn du entwoben siehst, in die Knie und dann auf ihn schießen. Ins Mauer, wenn das aufmacht. Wir sind gar nicht zu Hause, Schatzi. Wir können wieder gehen. Da ist er doch. Ich sehe aber sein Maul gar nicht. Du musst schon ein bisschen nach rechts. Ich gehe nach links, 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 links. Du musst immer gucken, dass du ihm aus der Sichtweise gehst. Also, so dass du ihn... Der versteckt sich hinter einem... Wie heißt das? Aber der versteckt sich doch. Der hat sich genau... Der hat genauso Angst wie du. Das ist sehr gut. Und wenn du dreimal drauf sitzt oder fünfmal, ist es egal. Aber sobald du gewonnen hast, ist alles super. Halt doch mal still. Genau, jetzt kannst du da diesen Sack nehmen und da sind dann deine Pfeile drin. Dann ist der ein oder andere. Da brauchst du eine Emo oder so, weil irgendwie gibt es die Geräusche hier. Gab es da nicht immer zwei hier am Eingang? Eventuell ist sie noch ein zweiter, aber... Nein, hier ist jetzt keiner mehr. Nein, nein... Dein Dank... Deine Höhle. Umso besser so zum abbauen, oder? Ja, der Baumwälder wird... Dann bau du doch mal ab. Ich möchte jetzt dann raus, okay? Ja, genau. Also, warte mal an die biotische Paste. Reduziert erst, wenn es so weit ist, ne? Äh, genau. Aber er brauchst du das nicht wirklich rein. Ach ja, Lungenentzündung, genau. So war das ja. das ding ist ja oder hast du dir die manuell bei dir in der tasche machen kannst die antibiotische pasta habe ich ja okay genau lassen wir mal abbauen ich gehe mal kurz da draußen gucken ich nehme ein bisschen oxid für die draußen damit dass das ist weil das brauchen wir dann ja auch wieder für irgendwas anders machen wir brauchen du bist immer ein birthday to me bis jetzt geht schnell pushen würde ich mal ein bisschen hier was ist eigentlich dieser ich dachte zuerst das sei gold hier auch beim eingangsbereich so und irgendwas aber das ist nur so ein gras flecken gegen die glaube ich falls gesetzt dann kann da sein warte zeit mal also ich habe ja wieso das nicht offen als stein ach so ja das ist das ist von hier draußen eigentlich ja erde ich mir gibt mir ich muss zu karte heile siegen warum also tiere hier ein paar tiere die ich mit in die hülle nehmen kann jetzt da hoch ist gerade kein tierchen darm schade das ist interessant melde geht so weit rein statt sie von einfach dass er zwar aber sie strömt und dann kommt die brille dann kommt die verbesserte brille ich habe keinen bock ich bin k.o. du bist k.o. dann können wir doch hause ich habe mich voll gestopft kann nichts mehr machen ich glaube warte mal geh mal bitte warte mal bitte auf du hast eine lungentzündung im moment stapel aber wie war das jetzt noch mal nein war alt ne nein auch nicht er hat alles zu dir gesagt ich habe es genau gehört nimm das mal ich glaube du hast eine lungentzündung ja das hätte ich habe ich sonst auch ja ja aber dann bist du glaube ich noch unterkühlt und du hast noch eine verletzung wo du den nee set ach du hast das nee set nicht warte mal doch ich habe ein nee set du hast ein nee set ja dann nimm mal ein nee set wir haben uns quasi weg gerade ich habe gedacht da muss ich nicht mehr abheißen so komme ich uns arbeiten ach so nee du hast den koko bist ne ach so naja dann arbeite mal weiter jetzt ich glaube ich muss es gehen immer noch nicht ich muss warten dann geh doch erstmal raus so zur Höhle zum Höhleneingang dass es nicht noch schlimmer wird einfach raus zum Höhle dann kann sich zumindest ein bisschen regenerieren nicht nicht dein Lichtle dein Lichtle dein Lichtle im Ladanle das war absolut immer noch Ausdauer verbraucht ne was hast du denn da warte mal ja ich hab doch schon was gegen die Wunde genommen jetzt hab ich was gegen die Lungenentzündung genommen was willst du denn noch alles leg mich doch einfach auf ne Bahre und bring mich heim war hier oben nicht ne hier oben hatten wir glaube ich den Dings damals stehen gell den ex oh das ist ein Bär ach du scheiße soll ich ihn miteinander bringen soll ich ihn miteinander bringen warte ne warte mal lassen wir ihn nach oben kommen du hast Ausdauer äh der kommt aus meiner Blickrichtung aus der Richtung da läuft er gerade rum ne geh du mal lieber nach unten kloppen der Bär ist ein bisschen den machen wir ich komm hier nicht rauf du ja deshalb bin ich da warte mal in die Richtung da hinterm Stein da läuft er gerade der kommt gleich der läuft wieder weg jetzt läuft er hinter den zweiten Stein links quasi da warte ich ja echt jetzt das blöde Vieh hm das ist doch letztes Mal genauso gewesen oder hier der ist unterhalb oh Gott da ist er jetzt kommt er hoch also äh ich häng fest in dem Loch hier tanzt dir einen Wolf ab mit ihm ja 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 ich kam irgendwie gerade so ein bisschen in die sauber jawoll Melle willst du den noch ernten? nö ich hack hier unten dann ernte du ihn gut du bist ja eh schon größer äh älter reifer das hast du jetzt gesagt das muss deine Frau bestätigen ich verstehe die Gefahr allerdings ohne meinen Anwalt wieso? ich habe recht ich habe recht ja hab ich gesehen ähm kommst du mal ran ran ähm ich bin voll ich kann nicht mehr tragen warte ich komm was hab ich denn jetzt für ein Problem? ich hab nur zwei von von noch was ohne zwei aber das blass ich stotter gerade warum stotter ich gerade? oh aber das sprechen dir nicht beigebracht so blöd wer ist denn die hier die mit Kindern kann und so den können ja was sprechen auch wo? was denn jetzt? ach das verrottet sich gleich wo kommt das jetzt her? viel von der Wand? wenn du voll bist also von den Fächern her alles voll hast dann äh oh ich bin überlastet warte warte bist du auch überlastet? warte ich bin überlastet ja also nicht ganz überlastet aber fast ich bin schon am Limit okay dann müssten wir aber los weil wir sind voll wir sind voll ja aber ich bin nicht voll hm aber der ist jetzt über voll äh dann also ich bin bei 134 dann solltest du vielleicht aufhören was abzubauen und solltest lieber genau einen eigenen Stapel nehmen blablabla blablabla gott hast du noch was? ein Mugele äh warte mal so 10 Kilo oder schon aber war das da gerade ganz oben da hier eine volle Reihe voller Pfeiler oder nein? ich wollte das mal rausschmeißen danke schön dankeschön jetzt passt ich gucke doch ein PC hat die jetzt die guten Steinpfeiler geschmissen? nein 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 da müssen wir ich bin gerade ich bin gerade hinterm Gebüsch gelaufen wo bist du jetzt? ich habe bloß ein Auge verloren da da hinten da ist er ach Mist da hinten zum steigen hinterm Busch Busch da hinten da so warte ich habe ihn ich habe ihn gesehen ich habe ihn gesehen irgendwo hier liegt er da liegt er hier da kannst du ihn wenigstens ernten ah da den sieht man aber schier nicht ne? ja den habe ich den habe ich gut gemacht ne? hallo hallo Wolf ich weg von mir ich wollte den gar nicht auflegen geht nicht da ist ein Komodora Varan da ist ein Komodora Varan äh ich habe ein Problem ich kriege das blöde Vieh nicht von meinem Schoß da du hast G gedrückt? du hast G gedrückt Komodora Varan bitte er kommt jetzt auf euch wieso kommt der denn? ach er kommt auf mich zu ich laufe wieder zurück zur Höhle in die Richtung ich will das Vieh nicht auf meinem Rücken hast du schon? ja ok ja ist gut ja Tragen das geht bei dir denn nicht Schatzi? drück mal G nein ich habe ihn jetzt hingelegt auf den Boden genau Messer in die Hand nehmen ja anders geht es nicht weil wenn ich eh mache geht er tragen genau jetzt steht er heute dran hä? er kann eben ich schwirr auch er stand eh tragen dran ich sage wenn sie damit fertig ist da sind schon wieder zwei Vögel die warten irgendwie habe ich in der Ecke hier ein Problem da kommt der nächste Wolf oder? kann das sein? naja Jaguar ihr könnt mich ja retten ne? so bist du denn da ich habe den Wolf versucht loszuwerden und ihr seid abgehauen erinnerts dafür vorjagen? der war doch tot nein ich wollte den bergen ich wollte den ablösen ich geh nach draußen ich würde das nicht meinen oh nochmal äh oooo scherp jawoll ok richtig klar so Melanie liegt hier was ist denn hier heute los? lass mich einfach liegen ach shit falsche Verbande äh ok dann gehe ich wieder kommt dann bekommt er okay ich muss gerade mal gucken und wenn ich jetzt alle kommen mit neben uns atmen und trinken wieder einpacken irgendwie höre ich noch irgendwas aber nur in der ecke da hinten das so rotes da ist noch ein jaguar der gehäutet werden kann ja aber da kommt was gutes auf jaguar zu okay der ist tot und wollten wir sind gut ist gut heute gehen ja den noch annehmen und der köln gehen und wirklich gehen ja gleich war da ist noch so ein vogel der kind den nehmen und na gut die ist ja nicht voll hochgehalten gewesen ja bei mir hat sich die ecke auch geruggelt wie sauer den hättest du dir jetzt auch lassen können weil der geht ja einfach zu tun ja moment ich muss wieder atmen reinpacken wieder trinken reinpacken die ist gerade ein bisschen überfordert im moment ne ich bin nur überfordert mit dir mit mir das sowieso mit mir ist jeder überfordert du wolltest level 15 genau Ich hoffe nicht so. Nicht so. Okay. Alles klar. Wie voll bist du, Melle? Kannst du noch sprinten? Ich kann sprinten. Sehr gut. Bei mir ist hier alles durcheinander in meinem Kabuff. Ich wünsche mir die erste. Da kommt ein Jaguar. Melle, 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 ein Tier. Soll ich mit... Was meint ihr, warum ich die ganze Zeit hier stehen bleibe, während Melle abbaut? Damit ich nicht gesehen werde, der sich auf das stürzt, was am größten rumläuft. Ich dachte... Okay, warum? Es ruckelt echt. Mir ruckelt gar nichts. Mir ruckelt gar nichts. Das ist schön. Gell? Wenigstens mal an. Ja. Also zwischendurch geht das und dann ist mal wieder... Wie, das habe ich bisher auch nicht gehabt. Vorsi, unten rechts am Ufer läuft ein Schwein. Es ist zwar nur ein Schwein, aber... Ich weiß nicht, ob Melle sich schon wieder komplett gesund mäßig hochmacht hat. Ähm, sie ist ganz gut. Mag, willst du versuchen, dass du Schwein vielleicht köpfen kannst? Also hinknien, genau. Du schaffst das. Kann ja... Muss der sich... War daneben. Halt doch still! Es ist nicht meine beste Zeit jetzt. Das macht nichts. Jawohl, ja. Jetzt. Tot, 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 tot. Tot! Tot dem Schildschwein. du bist bestimmt schon fast level 13 lasst uns tauchen gehen wir tauchen hier in dieser welt lasst den tauchen gehen ja ja so fisch du kommst auch noch mit und schnapp dir die punkte kurz mal hier rein ruckeln das ist superschön alles durcheinander es ist alles gut kopf erzeugt ihr das wieder in die in den umgang ja kannst du hier gleich in den ofen rein so ja gut eisenerz können wir eigentlich auch mal wissen warte mal glaube ich mache aus dem eisenerz feile technisch feile technisch mal gucken wir haben mache ich noch mal wenn man hunderter pack ja nein und liebe wo haben wir die denn drin gehabt wieder wieder der autos bank ich kann jetzt klopfen kommen das ist dem wurscht das macht doch nix hier ist was los herrlich so warte mal ich habe noch meinen talent punkt zu vergeben den gebe ich jetzt genau mehr eisenabbau das ist ganz gut hier geben würde ich gerne tun ja so ist noch ein level brauche ich und dann geht es so weiter und technik baum ja jetzt regnet es schon wieder weil sonst die ganzen zeiten wenn jetzt regnet das brauche ich das holz kohle als kohle zum schrank besucht gerade also kohle hier ist es hier bei den ärzten drin kohle als kohle weiß ich nicht so die hatte ich doch in den in den in den mörsen eingetragen ja so wie ich dafür macht sie was mache ich den speck futtern ganz fleißig warum sind davon so genau ich wollte kupfernägel braut ist auch noch kupfernägel später vielleicht und ganz weder ok 18 18 einmal muss man ein bisschen holz sammeln gehen oder so ich wollte euch nicht wegnehmen wenn ihr es braucht ja nie ist klar sich das braucht ist klar also ich brauche nicht unsere baumeisterin vielleicht später aber dafür müssen wir noch wesentlich mehr ran an holen ist das bestimmt die türen die tür ist am eingang das liegt da mal ein paar hunderte peckle machen machen wir erst mal gott woche lang acht minuten oder machen wir 25 jetzt hat er bestimmt gleich und baum gibt mir morde weizen kling ist ja so stopp da genau dann das wieder machen wir mal ein paar holzbiken ich fange nämlich an demnächst schon mal die die brücke schon mal anfangen zu bauen ja das ist wenn ich es schaffe das haus so zu bauen dass es in die brücke integriert integriert ist okay wie wäre es somit ich baue die brücke und du integriert sein haus da rein schauen wir mal was funktioniert oder du legst einfach so ein steg ran und bis an der brücke dran ja warte mal ich wollte sowieso mal gucken warum geht es nicht auf ich drücke auch gerade eher aber dieses fenster geht nicht mit auf kann mich nicht bewegen ja ich kann ja auch nichts